Willkommen zurück bei Father & Son Play for Fun. Okay, Kopfgeldjäger, das wird heute nix. Fünf Minuten Restzeit, nee, komm lass mal. Was haben wir hier? 200 Tage verdienen, mittelgroße und insgesamt 20 Spenden, das wird auch immer schwierig. Oh, Erbstücke, Tarotkarten und Verlorenen-Schmuck. Tanzen, oh, betrunken. Also das würde heute vermutlich sowieso nix, was im Bild gesagt hat, Antonika und Sehigkeitstournikum. Dann hauen wir uns als erstes mal an, Tantoni, komm rein. Wechseln mal eben hier die Gürtelschnalle. Wo auch immer das sein mag. Als Schmuckmäntel, wo ist denn das? Da wird ja schon Gürtel, Gürtel, Schnallen. Die sind ja alle nicht so schön hier. Oh. Passt zur Weste, oder? Zack, Kohle verdient. Oder Gold. 20 Spenden, seht ihr da oben rechts. Dat wird nix. Ja, dann machen wir einfach mal ne Karte auf für Tarotkarten, oder? Ja, das Sehigkeitstournikum, das lasse ich heute weg. So lange werde ich heute nicht spielen. Also machen wir... Ja, komm, wir nehmen Tarotkarten. Dann wissen wir, wo die Madame ist. Wo ist das denn? Da kann ne Tarotkarte liegen? Aha. Da bin ich noch etwas verwirrt. Aber von da kommt man da gar nicht dran. Also hier ist... Ja. Oh Gott. Einmal da oben. Und die andere bei Strawberry. Ja, dann. Versuchen wir mal unser Glück, oder? Wie gesagt. Heute nicht ganz so lang. Weiß nicht. Vielleicht 20 Minuten. Es gab hier heute schon ne Folge mit Arthur. Ich finde, man muss irgendwie von hier oben da hochkommen. Irgendwie muss das gehen. Da oben ist das. Aber hier will das Pferd nicht rauf. Ja, das geht aber. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das geht. Das muss gehen. So. Da liegt sie. Da mal schon. Oh, was haben wir denn da? Schwarz gebrannten. Na, das nehm ich doch. Was eine Aussicht, oder? Hammer. Oh, wie gern wäre ich da jetzt wirklich. Das wäre schön, oder? Naja. Sind wir aber nicht. Oh, hier kann ich keinen Lager aufschlagen. In der Story geht das, glaube ich, ne? Oh, jetzt geht's abwärts hier. Oh, jetzt geht's abwärts hier. Ja, da unten sehe ich schon. Da haben wir einen. Kopfgeldkandidaten. Da unten. Da unten. Da unten. Umgehen wir. Wir holen uns hier die zweite Karte. Weil ich hab jetzt keinen Bock. Obwohl. Nein. Dann direkt nach Strawberry. Dann hier wieder hin zurück. Das lassen wir mal lieber. Sieh ich da, Taschenvögel. Na, da war ich zu langsam. Aber da haben wir erst mal. Das da. Da haben wir noch einen. Da haben wir noch eine. Aber um die Uhrzeit sind hier noch keine Ratten, also können wir die drei Tierchen da nicht sammeln. Oh, äh, jetzt müssen wir hier auch noch was ausbuddeln. Hier ist das, glaube ich, immer ne? Jawohl. Das machen wir mal eben. Das haben wir ja auch nie hinein. Und dann hoffe ich, dass ich am Wochenende ein bisschen mehr Zeit finde. Oh, 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 oh. Moment mal. Schon wieder was plattgeritten. Ein Taschenvogel. Also, ich hoffe, dass ich am Wochenende ein bisschen mehr Zeit finde, dass wir hier wieder schönes, langes Video zaubern. Aber wichtig ist ja, mindestens eine Aufgabe am Tag zu erledigen, damit die Serie nicht abreißt. Das fährt schon mit Gefühl langsamer hier, ne? Ja, hier soll's heute auch noch glatt werden, laut Wettervorhersage. Wann hat's geregnet? Die Temperatur fällt. So, wo ist die Karte? Ist sie hier? Jawohl. Wem kurz checken? Ist hier sonst noch was? Hier vibriert nix. Da auch nicht. Kann ich hier eine Schnellreise machen? Nee. Schade. Schnell raus hier aus der Gelte. Das sind hier auch nicht. Dann wollen wir erst mal das Pferd füttern hier. Ist auch wichtig. Kann hier aber auch kein Lager aufschlagen. Das ist aber ärgerlich. Oh, dann könnten wir direkt nach Strawberry reisen. Dritte Karte holen. Und dann sehen wir auch, wo die Madame heute ist. Aber hier geht's. So, wann ich irgendwie sieben Dinge herstelle? War da was? War da was? Wie war das denn? Naturkundler. Jawohl. Etwas im Wildnislager. Gleich. Okay, gekocht. Oder hergestellt. Ja, dann. Ich eigentlich noch. Dantonikum. Können wir schon mal herstellen. Dann haben wir das schon mal erledigt. Erfolgspfeile können wir auch eben neu machen. Nee, so war das nicht gemeint. Tiererwecker. Nee, komm. Auch Quatsch. Hier, Großviertelfleisch mit Ackerminze. Immer gut. Essen ist auch gut. Essen ist auch gut. Ein bisschen drehen, dass wir den Schulze besser drauf haben hier. Nichts was berurzeln. Nichts was berurzeln. Und das ist auch schon fertig. Habe ich das jetzt überlesen? Strawberry komme ich gar nicht hin. Aber oder denn nicht? Ja, dann. Was machen wir denn jetzt? Ja, komm hier. Und dann von Blackwater darüber. Da reite ich jetzt nicht hin. Das dauert ein bisschen langer, finde ich. Jemand ist hier. Hier ist tatsächlich eine Tarotkarte. Dann haben wir nämlich schon drei. Wissen aber nicht, wo niemand da ist. So, da ist heute nichts. Dann checken wir mal eben, was sollten wir... Oh, wie ist sie denn? Ah, ja, 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 ja. Oh, da gibt es vielleicht... Ah, ja, das ist am Stall. Aber vielleicht gucken wir, ob wir hier mal eben eine Ratte finden, oder? Aber wir sind ein paar Sachen erledigt. Oh, Masken getragen, das können wir ja nochmal eben machen, ne? Dann gucken wir mal eben, ob wir da hinten Ratten finden. Und holen uns dann die letzte Karte. Jetzt wird es ja auch langsam dunkel. Dann könnte man in der Nähe vom Lager in der Scheune auch noch Ratten finden. Und dann seht ihr wenigstens, wo die Madame heute ist. So, das mache ich aber eben hier zu Fuß. Da hinten sehe ich schon eine. Hoffe ich, dass das eine Ratte ist. Jawohl. Oh, da wird ein Lager überfallen, denke ich, vom Geräusch her. Oh, da ist ja die nächste. Da habe ich sogar eine weglaufen sehen. Und die müssen wir uns holen, weil drei Stück brauchen wir. Und für das Gold, lohnt das. Sonst scheint hier keine mehr zu sein. Ich habe sie quietschen hören. Wo ist sie da? Weil Taschenraten können wir gebrauchen. So, dann buddeln wir da oben noch eben die Münze aus. Meist ist das ja hier oben, na? Jawohl. Und dann holen wir uns eben die Karte von der Landkarte. Oh, ist wo eine Fallspitze? Ist gar keine Münze. Den Lagerüberfall ignoriere ich. Wir können sie nie alle retten. So, haben wir das Ganze mal eben abgearbeitet hier. Und dann gucken wir mal, wo ist die Madame. Tja. Ah, heute hier unten. Da ist sie. Hätte man das auch geklärt. Da ist sie nämlich versteckt hier, Herr Schutze. So. Und dann gucken wir mal eben in Strawberry. Wegen der Sammlerstücke. Okay. Warum auch nicht da unten? Ah, 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 ah. Ne, da war nichts. Ach, bleibt locker, Jungs. Bleibt entspannt. Oh, Gott. You got a problem? Tja. Das war wohl nix. Wie lange sind wir jetzt dabei? Ah, 18 Minuten. Oh, die Waffe hört sich auch nicht mehr so richtig gut an, finde ich. Wie sie ihm das Völl mitnehmen. Warum haut man ein Pferd ab? Ah, der legendäre. Keine Ahnung. Warte, ich vergesse halt ja immer. Mitternachts-Koyote oder was das ist. Ignorieren wir. Denn da war ja heute nichts zu reißen, ne? Oh, zwei Sachen haben wir geschafft. Toll. Äh, Zeh-Karzt-Toniker. Nein. Tanzen könnte man machen. Verlorenen Schmuck könnte man eine Karte öffnen. Mittelgroße Tierkadaver. Also, klappt nicht, ne? 20 Spenden. Wenn man jetzt 20 Federn hätte, könnte man die da einfach hinterher werfen. Dann würde es gelingen. Na ja, vom Gejaule her ist das der Mitternachts-Koyote da. Den haben wir schon so oft gesehen. Das machen wir nicht. Es geht zurück zum Lager. Ich hatte gehofft, gleich hier noch einen Schatzsucher zu finden. Haben wir aber nicht. Gucken wir mal auf, weiß ich nicht, 20 Schwungfedern haben. Die kann man auf einmal abgeben. Dann hat man wenigstens das erledigt. Und schon sind wir wieder daheim. So sieht's aus. So, wir hätten mal sieben Müll. Na ja, das gehen wir nicht, ob das zu teuer. Habe ich Federn machen wir auch nicht. Habe ich nicht irgendwo Schwungfedern oder so? Na ja, da. Wisst ihr was? Wir hauen sie alle raus. Ach, mir ist das gar nicht. So. Da war das nämlich nur ein Knopfdruck. Oh, jetzt essen wir mal eben was. Und dann machen wir Schluss für heute. Ich weiß, kurze Folge. Was haben wir jetzt? Knapp über 20 Minuten. Kurze Folge, nicht viel geschafft. Aber. Wir gucken nochmal eben drüber. Also mit dem Boot fahren heute. Nee. Pferde aussehen. Klar, hätten wir eben am Stall machen können. Aber. Gold auszugeben, um Gold zu bekommen. Nee, nee. Lassen wir. Kopfgeldjäger. Da kann man heute abstauben, ne. Nimmt man einfach zwei hier in der passenden Gegend an. Das ist aber schon erledigt. Mittelgroße Tierkadaver. Sieben Stück. Ist relativ easy. Sammler auch. Also es ist heute ganz gut zu schaffen. Man könnte auch noch eben eine Runde tanzen. Naturkundler. Hätte man vorbereiten können. Und dann geht es. Ja, dann machen wir Schluss für heute. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Dann wünsche ich euch einen schönen Freitagabend. Und einen schönen Start ins Wochenende. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son. Play for fun. ... ...